Er ist ein ganz fixer heute. Du willst das Spiel durchspielen, habe ich gehört. Heute. Ne, ich will nur weiterkommen mit dir. He he boy. So. Da kommen noch ein paar lustige Sachen. Lo Wang, du hast mir eine große Arbeit gemacht. Dafür sind wir hier. Vielleicht. Still? Ich bin in deinem Tod. Jetzt. Ah, ein neues Schwert. Let's see what we can do with that sword. Careful, you don't want to slice off a fingernail. Remarkable. I've never seen anything like this. Alright, I will attempt to restore it. Please, stand back. He he. Alter. Das geht in echt aber auch so, ne? Ja. Im Waffenschmied. Omoe, harambe. You ruined it even more. Under the circumstances, it was the best I could do. This sword will never enjoy its former glory. But now, you can put it to work inside another sword. Ah, well. That's something, I guess. Kritische Hit-Chance um 1000% erhöht, bitte. Äh, 20.000 Karts. Ja, Energietasche. Steigert die Höchstmähne, genau. Okay, perfekt. Oh. Ah. Ich fühle mich schon so viel stärker. Tauch des Ninjas. Igitt. Hat der bestimmt Mundgeruch. Hm. Donnerschlag. Cool. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Eine neue Waffe. Ah. Hand des Kaisers. Okay, Hand des Kaisers. Hört sich lustig an. Was haben wir hier? Die Vault. Die Hand des Kaisers macht jetzt schon 96 DPS. Geist. Hm. Erstmal Skills Upgraden. Skills Heilung, habe ich gehört. Heilende Flamme. Heilung. Und danach ruhiger Geist, damit mein Chi wiederkommt, oder? Perfekt. So, dann bräuchte ich jetzt, Alter. Ruhiger Geist hast du auf Stufe 5. Ähm. Ähm, 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 ähm. Dritter, Alter. Stufe 4, weil Stufe 5 kostet 10. Ist ein bisschen, ein bisschen teuer. So. Gut. Woher kennt man eigentlich hier, ob man neue Missionen hier zum Annehmen hat? An dem Ausrufezeichen darüber. Ah, okay. Ausrufezeichen. Äh, ich muss noch ganz kurz Waffen neu zuordnen. Und zwar hier. Den haue ich mal runter. Dafür haue ich mal den hier rein. Okay. So, dann rüste ich den gleich mal auf. Was kommt da drauf? Elektrizität. Ja. Und was noch? Nein. Was ist das? Irgendwie sind die goldenen Items gar nicht so gut, weil da ist doch immer was, was Negatives mit dabei. Die blauen sind echt besser, finde ich. Ich hebe auch die blauen auf noch. Mit Sicherheit. Sicherheit! Sicherheit! Ich hebe auch mal den drauf. So, wie sieht jetzt die Hand des Kaisers aus? Ja, kommt Blitz raus. Wusste ich schon. Easy. Cool. Okay. Nächste Mission. Und zwar Hauptmission. Industrie-Spionage. Finde Kamikos geheime Aufzeichnungen und liefere sie Mamushi. Story-Mission. Mamushi. Mua! Auf geht's. Um mit einem Sternenschlag anzugreifen, wähle eine beliebige Nahkampfwaffe, wenn du dich bei einem Gegner, wenn du dicht bei einem Gegner bist. Dicht. Du musst vorher geschaffen haben. Du bist im Filmlevel aufgestiegen. Ja, und? Ich geh schnell bei dir. Du hast mit 21 Jahren angefangen. Nee, mit 20 Jahren angefangen. Ja, und ich bin nicht gestorben. Das ist doch schon mal was. Wow. Wow. Ach, schön. Jetzt hat sich Gott sei Dank lange Zeit nicht mehr rausgeschmissen. Der Sandro. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Fischkopf spielt The Last of Us. The Last of Us. Die Remastered. I don't know. Oder wie Sepp sagen würde, Industrie-Spionage. Hey, Remastered. So. Ah, Glückskicks. Was steht drin? Ich will diesen. Der ist hier oben. Glückskicks. Nee, hier sind zwei sogar. Hier unten ist auch noch einer. Ah. Je größer es ist, desto tiefer sein Fall. Du musst dir also keine Sorgen machen. Ist das eine Penis-Anspielung. Hier sind drei Glückskicks bei mir. Ganz oben ist noch einer. War hier nicht dieser dicke Roboter? Da sehe ich einen. Okay, der ist immun gegen Kräfte. Dann gehe ich mal auf Fritsch an. Kommen Sie zu mir? Ja, ich habe auch. Ich bringe sie mit, wenn die mitkommt. Müssen wir später nochmal hinkommen. Mhm. Ups, kracks. Oh, fuck. Der macht richtig Damage. Ach, hier. Ha! Ha! Warte, ich mache Ulti an. Was heißt Ulti bei dir? Alter, der Baum ist so fucking hell. Ist der einfach null. Schnittzell. Ulti heißt Ulti. Ja, aber Ulti heißt Ulti erst später. Ist hier nichts. Na, da bin ich. Ah, hier bin ich. Ah, hier war ich auch noch. Ja. So, hoch mit euch. Hoch die Tassen. Schön mit dem Krätschaden in die Phrase. Ja. Ist da noch jemand? Ja, der da. This is my rifle. This is my rifle. This is my rifle. So, der dicke Roboter steht frei. Ich habe gehört, der will ein bisschen Granaten. Ich stelle mich davor. Ich parkiere ein bisschen. Und... Er explodiert jetzt. Boom. Oh, Glückskeks. Glückskeks. Fröhliche Menschen sind Versager, denn sie kommen so gut mit sich selbst aus, dass ihnen alles andere egal ist. Hast du es gehört? Nicht glücklich sein. Oh, bin ich nur hier. Ähm. Ähm. Sanro? Was denn? Ich bin hier in der Statue gefangen. Ich bin hier. Komm mal kurz hier rein. Geh mal da runter. Und jetzt kletter ich hier hoch. Achso, du bugst da durch. Alles klar. Ich bin hier drin gefangen. Da liegt noch so viel Loot. Ähm. Ja. Kannst du irgendwie dashen oder so, oder? Ich komme hier nicht raus. Drück mal kurz T. Port die Zert. Wirst du dann auch weggeportet? Mach mal. Äh. Ja, ich komme wieder zu dir. Fortsetzen. Okay, das heißt, das Zeug bleibt da liegen oder spawnen es? Ähm. Ich komme an der selben Stelle wieder raus. Cool. Das ist innovativ. Verlass mich nicht. Was kannst du denn machen, um die rauszuhalten? Äh. Tja. Ich bin ganz der Fähigkeit. Ich habe einen Bug gefunden. Bleib mal kurz da in deinen Stich aus. Vielleicht kannst du die rauszuhalten. Ja. Wie denn? Das ist ja oben auch dicht. Also wie dumm können eigentlich die Entwickler sein? Und hier das eigentlich zumachen. Warum haben die das überhaupt zugebaut? Ah. Gerade ging es so ein bisschen. Vielleicht wenn ich mich dazu stehe, kannst du mir auf mich ein bisschen... Ich bin da gerade auf die Statue gesprungen. Ich drück mich. Warte, ich brauche einen Double Jump. Ich komme da gar nicht hoch. Irgendwie rauspacken. Komm. Ich kann nicht mal hoch springen. Dann müssen wir uns wahrscheinlich noch mal für Bonne spielen. Ist das nicht cool? Los, pack dich raus. Tu irgendwas. Bitch. Ich drück mal alles gleichzeitig hier. Ich glaube nicht, dass du hier rauskommst. Ne, glaube ich auch nicht. Ne, komme ich nicht. Aufgeben. Ja. Hallo? Achso, ich muss mich erst backpocken. Ja, ne. Das war ja sehr innovativ. So. Nochmal von vorne. Los geht's. Und nicht an der Seite hochklettern. Und nicht vom gelben Schnee naschen. Hm? Sag das nicht mir. Was, gelben Schnee naschen? Das ist meine Leibspeise. Wenigstens gibt's mehr Erfahrung. Nochmal 20 Elite auf einem Fleck. Und nicht da hochklettern. Ich habe ihn noch nicht festgebracht. Ich habe auch nicht gewusst, dass das möglich wäre in dem Spiel. Ich habe mich schon mal in der Division festgepackt. Was hast du eingemacht? Äh, da musste ich mich, also... Das war die, da war die Mission schon fertig und ich habe Gott sei Dank schon alles eingesammelt. So. Alles klar. Jetzt sind wir diese blöden Roboter unterwegs. Juhu, Kisten öffnen. Ja. Nochmal. Für mich liegt hier nur voll viel Loot. Hier auch. Nein. Also hier, der Dicke meckert schon. Ja. Und durch. Zieh an. So. Ist doch. Ganz nah ran. Den Liebeswissen. Tschüss. Die fucking Drohnen, ey. Sind sie denn da? Sind sie? Sind sie? Die fucking Drohnen. Die fucking Drohnen. Eine lebt noch. So. Ich stehe mich doch vorhin. Ich kann mich durchschlagen. Oh, nimm alles. Oh, ja. Skillpump. Hm. Ich vererst lack das. Glückskeks. Lass ihn nicht hängen, Kumpel. Aha. Ob war er gezogen? Ja, diese ganzen Peniswitze hier. So. Erstmal das Nachladen. Oh. Oh. Kisse. Noch ein Glückskeks. Um Gnade betteln ich's den los. Aber sehr unterhaltsam. Und noch ein Glückskeks, weil es so witzig ist. Das Leben ist so wichtig, als dass man es ernst nehmen dürfte. Ja, auf jeden Fall. So, da unten liegt noch was. Oh. Ich lasse die Kisten hier. Ich lasse die schon alle stehen. Hm, vielleicht soll ich mal auf oben wechseln. Das geht mit der Drohne da vorne ab. Woo. Woo. Sehst du die auch? Die eine Drohne, ey. Die geht ja... Oh, fuck. Oh, fuck. So, aber hier rüber. Wie kommt man denn da rüber? Mit mal Key. Ja, ich bin runtergefallen. Ah, hier ist auch was unten. Ein Dicker oder noch ein kleiner? Ähm... Ein paar. Sag ich jetzt mal. Und ich bin gerade am sterben. Da ist ein Dicker, da ist ein Dicker. Oh, 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 oh. Scheiße. Storben. Ich bin mir gedasht. Ach, wieder möchte ich die, äh, Erfahrungspunkte nehmen. Ganz cool. So, aber jetzt mit hier. Oh, und der Nummer zwei ist hier. Wo ist er denn? Da ist er. Hä? Ist die Aufgabe zu laden. Was soll denn das? Oh, fuck, 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 fuck. Ich seh dich. Ach, jetzt halt für die Schrotze. Einmal bitte hinlegen. Ich bin sauber, wie ein Baby. Tschüss. So. Sperlinguini. Danke fürs Folgen. Das ist die Katze. Willkommen im Schnitzel. Ja. So, erstmal heilen. Du bist nur noch jetzt hochgekommen. Hier ist doch irgendwo wieder eine Stufe. Hier ist ein Fahrstuhl. Ah. Technik. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Bei Technik fragen, Technik fragen. Ich bin trotzdem auf der falschen Seite. Aber ich kann ja einen Trick nutzen. Halt, ist es? Hallo, meine Freunde. Wer sind denn sie? Hast du da? Ist eins und eins? Ich meine, wir auf den hier. Nee, lass mich nur für große. Geht nicht. Oder für dich. Hä? Wo ist er denn? Oh, der ist einsam. Er ist tot. Ich kriege mir so eine Drohne, aber die kommt. Ah, jetzt kommt sie. Gut. So. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe keine Mekmotivierung. Ich schon. Ich muss vorauslaufen. Hier irgendwie rüber. Habe ich alles nachgelaufen? Nee. Noch was? So. Der ist auch nach... Nee, ist er nicht. Vorne rein? Ja. Mal wieder. So. Glück's, King. Shadow Warrior 2. Ja, ist ein geiles Spiel bis jetzt. Na, komm. Glück's, King. Das sind wieder Bitches. Huah! Bitte einmal hinlegen, sehrige Frau. Bitte bleiben Sie ruhig. Na, kommt doch mal her, Mädels. Na, wir gehen, legt sie auch mal hin. Weiß ich nicht. Trotz von mir. Da. Watt, Grafik-Bug. Das ist ein Grafik-Bug. Ich habe hier einen Grafik-Bug, wenn ich in die Richtung gucke. Na, ist schon gut. Na, Gott sei Dank verschwinden die. Nice. Glück's, King. Machst du least, obwohl du nicht müsstest. Bestimmt, was du bist, wenn du nicht anders kannst. Oscar Wilde. Ja, der Oscar Wilde, der hat ein bisschen zu viel durchgezogen. Zu viele Joints. So, hier oben ist noch ein Kistchen. Das weiß ich. Ein Kistchen. Ja, ein kleines. So. Da ist auch noch ein Kistchen. Und ja, drei. Kistchen. Und ein bisschen fertig. Ich komme. Hallo. Freunde. Hallo. Ja, komm. Mach den Mund auf. Alles tot? Nee, da liegt noch einer. Spürst du es? Spürst du es schon? Spürst du es mir, Mr. Crabs? Ja, ich habe es gespürt. So. So, wir müssen zum Apartment von der Kamiko. Ja. Jetzt kommt es auch eine Kiste dran. Oh, yes. Hat es ja vollgebracht. Waren wir nicht schon mal? Hier waren wir doch schon mal. Glückskeks. Hä? Okay. Nein. Wo ist das, was wir brauchen? Das hatten wir schon, ne? Ja, das hatten wir schon. Ja. Das hatten wir leider schon. Oh, und ein Glückskeks. Wenn uns die Götter schaffen wollen, erhören Sie unsere Gebete. Oskar Wilde. Hm. Da bin ich schon. Das haben wir schon gemacht, weil du dann disconnected bist, bei dem Part 2, die wir machen mussten. Alles klar, hier pro 115 gibt es die Kiste. Was bin ich eigentlich für ein Level-Spieler? 26. 26. Easy. Du bist 43. Also in der Zeit, wo ich 5 Level gestiegen bin, bist du 2 Level gestiegen. Und du bist einmal gestorben. Vielleicht liegt es auch daran. Nee, mir wurde nichts abgezogen. Nicht? Ach, ich hab drauf geachtet. Achso, im Koop wird es nicht abgezogen, dieser Nice. Gegner. Gegner, ja. Hinlegen. Nählige Frau, legen Sie sich hin. Bleiben Sie ganz ruhig. Oh, der Zähne ist immer aufgesteckt. Das sieht nicht so gesund aus. Nö. Tut es nie. Boah, unten ist mega viel los, ey. Ha! Ähm, okay, gut. Ich komme hier wieder raus. Noll, Drohnenpower! Drohnen! Spinnen! 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 Was war das? Ich bin ja der Drohnen. I have no idea. Waren das alle? Nein, ich verfolge da noch eine. Und jetzt ist sie tot. Wir müssen da sogar hin, wo du gerade hinrennst. Hä? Kommst du her? Ja, das ist ja der Drohnen. Warte. Warte. Merk hier. Ich seh dich. Mongo. Na, wie schmeckt's dir denn? Mal hier lang, bitte. Einmal hier lang, bitte. So. Yo. Ja. Vielen Dank.